MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 Lennart, du bist böse in action, wir wollen dich auch nur ganz kurz stören. Oberliga jetzt für dich mit 12 Jahren, ist das so Nazi von dir gewesen? Ja, war es. Und was ist dein nächstes, zweite Bundesliga? Nee, erstmal jetzt Oberliga versuchen, aufzurücken nach oben und dann mal gucken, Zweite Liga. Wie ist dein Aufwand im Moment, trainingsmäßig? Dreimal in der Woche trainiere ich. Dreimal eine Stunde, zwei Stunden? Zwei Stunden, zweieinhalb. Du gehst ja so ein bisschen als Ausnahmertalent hier bei Werder Bremen. Könntest du das den Jugendlichen oder den Kindern vielleicht dann ist alles auch empfehlen? Macht das so Spaß? Lohnt sich das? Oder ist es reine Spaßsache im Moment? Oder hast du mehr Ehrgeiz als andere? Ich denke, manche machen das mehr Hobby-mäßig. Ich versuche es halt Leistungssport, aber nicht zu viel. Das ist nicht zu viel. Manche machen das zu viel. Also fünf, sechs Mal in der Woche muss es auch nicht sein. Ich nehme es auch noch locker. Aber Endziel ist Profi. Ja, ist schon ein Ziel. Aber wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Also Schule ist nebenbei, läuft auch gut. Ja, Schule und Freunde sind genauso wichtig. Das ist ein schöner Satz. Schönen Dank, alles klar. Je Garrettgl Abererin könnte. Ich nehme es sogar noch mosquitoes wert. Ich nehme es doch Monsta. Ich nehme es må es für mich. Ich nehme es bitte aus Summer fascinating. Ich nehme es mal los.